Wie ist die Formstabilität? Fimo Professional erfüllt all meine Ansprüche an professionelles Arbeiten. Formstabilität, Farbechtheit und beständige Qualität sind mir dabei wichtig. All diese Eigenschaften erfüllt Fimo Professional. Gerade die Farbechtheit bei meinen Schmuckstücken ist mir ein wichtiger Punkt. Besonders gut gefällt mir die Formstabilität. Hier lassen sich filigrane Muster und kleinste Details herstellen, welche später beim Weiterverarbeiten nicht zerquetschen. Mit meinem bisherigen Material Fimo Classic kam ich dem Farbwunsch schon sehr nah. Aber eine Farbgarantie konnte ich nicht gewährleisten. Das Tolle an den True Colors ist, sie bestehen aus puren und super brillanten Farbpigmenten, welche sich hervorragend miteinander mischen lassen. Die Mischergebnisse sind eindeutig bestimmbar. Es besteht keine Gefahr der Farbveränderungen. Somit kann ich jetzt gezielter auf den Farbwunsch meiner Kunden eingehen und den exakten Farbton herstellen. Viele Menschen haben keinen grafischen Background oder Vorkenntnisse in der Farblehre. Mit dem Farbmischsystem wird dem Fimo User eine tolle Hilfe an die Hand gegeben. Dieses Tool kann ich alljenigen empfehlen, die sich mit dem Thema Farben, Farbmischungen oder der Farblehre befassen möchten. Ohne viel Vorkenntnisse kann man es nutzen und sofort anwenden. Denn es ist sehr gut strukturiert aufgebaut und einfach in der Anwendung. Ich habe bereits mit verschiedenen Mischtabellen und Farbrädern gearbeitet, doch keines war so umfangreich. Das Farbmischsystem zeigt genaue Mischrezepturen für 175 verschiedene Farbtöne an. Außerdem helfen Farbharmonieangaben, schöne und zusammen passende Familiengruppen zu finden. Das Farbmischsystem ist mein neues Lieblingstool und ich möchte es nicht mehr missen. Die neue Blockgröße ist viel besser, denn ich arbeite überwiegend mit Großblöcken. Und diese sind jetzt bei Fimo Professional in allen 24 Farben erhältlich. Die Verpackung finde ich einfach super, denn diese lässt sich mit wenig Aufwand leicht öffnen und wieder verschließen. Mein bisheriges Material Fimo Classic war schon ideal. Aber das neue Fimo Professional mit den True Colors begeistert mich jedes Mal beim Arbeiten und bestätigt mir jeden Tag aufs Neue. Fimo Professional ist mein Material.